Jo Leute, herzlich willkommen zu dem zweiten Let's Play von WWE 2K60. Wir gehen direkt ins Match. Du wak, du wak, du wak. Niki. Diki. Er nennt diese Songs auf der 2K60 sind so geil. Diki. Diki. Ich mach's von den Beatner nirgends, das ist gerade so krass, ne? Ich hab' den Chant einfach nur. Och nee, ich hab' den hier so TNT. Du wak, 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 du wak. Oh, Digga, da krieg ich direkt Noorwurm. Auf jeden Fall, Leute. Ich hab' ich hoffe, dass... Oh! Ich seh' richtig geil aus, oh mein Gott. Ich hoffe, dass das Format gefällt euch. Lenz, ich hoffe, dass der Content gefällt euch. Komm. Oh, jetzt kommt mein Einlauf. Maxi, Maxi. Ich heiß' Maxinator. Und das hat grad... Ey Leute, das fühlt sich so geil an. Die rufen deinen Namen. Und jetzt kommt eine Einlaufmusik. Und ich geb' mein Debüt. Juhu! Maxi Nöter! Er gibt... Er gibt... Er gibt... Er gibt... Wir geben uns... Unser NXT. Ja, komm. Ich hab' keine Schuhe offen. Unser Kampf... Oh, es wird sich so gut an. Wir haben so lang auf Max gewartet. Und jetzt ist ja bei NXT, Leute. Alter, das ist so geil gemacht. Komm. Mit der School Trooper Maske noch. Komm, das genießen wir jetzt. Danke. Und sein Partner... Ihr kennt ihm bestimmt alle. Baron Corbin! Und Lance, wie ist es so? Ach komm, das spulen wir vor. Das können wir vorspulen. Let's go, Jungs! Okay, ich muss direkt gegen Finn Balor an, Leute. Den... Den NXT Champion. Ja, Alter ist direkt eine harte Nuss. Er wirft uns direkt raus. Das... Ob das ein gutes Debütmatch ist? Alter! Alter! Was? Eine Attacke! Digger! Er kontert einfach alles! Einiges Weißner! Er kontert alles! Ich hab keinen Konterarbeiten! Einen Konterarbeiten! Auch so aus! Das ist ganz gut! Ist die Idee jetzt! Direkt! Spaß! Baron Corbin komm mich dran! Zack! Alter, Fimbella ist ja ne richtig harte Nuss. Ja, okay. Alter, Leute. Das ist ja ne richtig harte Nuss. Und, und? Direkt oben. Das war ja fast ne Atombombe, Leute. Na, Fimbella, wie geht's dir so? Komm, direkt noch ein Zuplex hinterher. Hey, bitte nicht Ellbogen, bitte nicht Ellbogen. Hier. Der ultimative Disrespect. Ohoho. Zack, komm, Tech. Zack. Und raus da. Nein, nein, nein. Ja. Was? Komm, wir lassen, den Baron Corbin lassen wir ein bisschen fighten. Der muss fighten. Gott, alter, es ist einfach. Fimbella ist zu krass. Zu wild. Das ist echt krass. Aber jetzt, jetzt ver... Was? Hideo Itami hat 50%. Warum? Komm, bitte macht Tech. Kann ich ihn irgendwie techen oder so? Ey, Baron Corbin, ich will doch... Komm. Nein, 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 nein. Mach die weg, mach die weg, mach die weg. Weg damit. Nein, dreh dich. Komm, Baron. Jawohl. Baron, lass ihn einfach draußen. Nein, Baron. Baron. Ja, woher? Komm, Baron. Komm, bitte. Mach einen Tag oder so. Yes. Kommt. Ich will mein Debütkampf gewinnen. Ah, er kontert. Und ich hab... Nein, nicht für den Möller. Nicht für den Möller. Ha. Komm. Na, müssen wir? Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Zack, Digga. Komm. Oh, ja, die Powerbomb. Die würde ein Hardbeam auswählen. Nein, Digga. Das ist eine Fliege für mich, Alter. Eine Fliege. Was, was? 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 Was will er denn jetzt? Als, als wenn ich da nicht rauskomme, Alter. Oh, oh. Ah, ich dachte, er macht's abmüchtern oder so. Aber sein Leben ist schon gut runter. Ah, ich fahr doch eigentlich. Ah, viel zu früh. Hä, ich fahr doch eigentlich. Hä, das fahr doch jetzt eigentlich. Ey, Digga. Road Break. Ha. Sack, Digga. Ey, Junge. Er kontert einfach alles. Er kontert alles. Zack. Ich muss kurz regenerieren. Ich brauche wieder Konteranzeigen. Und zack. Nein, was macht der? Ach, ich habe keine Konteranzeige. Ist das sein Signature? Ist das doch sein Signature, oder? Ja, es war sein Signature. Das war sein Signature. Was, er taggt? Er hat seinen Finisher. Ne, ich habe keinen Konter. Ah, ne. Ich habe keine Konter. Ich kann nichts machen. Kein Versuch, ihn zu schlagen. Ne, klappt nicht. Ich kann überhaupt nichts machen. Keine Konteranzeige. Was ist denn? Oh. Alter Scheiße. Ach, komm. Der könnte jetzt schön eine gebraten. Oh. Komm, gib ihm die Fette Powerbomb. Ach, ich frag's ja. Natürlich könnte ich ihn. Oh. Komm mal. Was? Hä? Hä? Alter, das ist ja richtig. Egal, ich hab nichts zu Kontern. Nein. Ich setze ein Signature oder so. Das war sein Signature. Nein, der pinnt, oder? Baron. Baron. Oh, ich bin rausgekommen, Alter. Holy shit. Ach, fuck. Nee, Alter, der schlägt nicht drauf. Digga, Baron muss unbedingt rein sein. Baron muss unbedingt rein sein. Ich bin so K.O. Baron. Geladener Finisher. Geladener Finisher. Yes. Was? Ich konnte noch nicht mein Signature bringen. Komm, Digga. Oh. Digga, er kontert so viel. Ich konnte mich kontern. Ich hab keine Konteranzeige schon wieder. Schon wieder. Keine Konteranzeige. Oh, fuck. Ja, da komm ich drauf. Digga, endlich hab ich eine Konteranzeige heute. Hä? Ach, ich hab gekontert. Hä? Nee, Digga, es ist so lächerlich. Ich hab doch gekontert. Geh, ich hab ich dafür gemacht. Hideo Itami. Nee, da kann man nichts machen. Hideo Itami. Hideo Itami. Hideo Itami. Hideo Itami. Hideo Itami. Ja, er kontert alles, Hideo Itami. Hier geht's! Hier geht's! Er ist auf der Liebe! Oh Mann! Look at his face! Der Schmerz muss sein! Wow! Wenn du auf das! Kannst du glauben? Das ist ein unendet Wille zu erreichen! Wir müssen jetzt fragen, ob er kann nach dem zurückkommen. Hey bitte Barron! Digga Barron! Wie kann man so behindert sein? Komm Barron! Digga Barron! Du bist so dumm! Wenn? Ja? Ja? Oh! Alter, was ein Match! Scheiße! Komm bitte! Bitte Barron! Barron! Oh my! Look at this! Jungen, Barron, kannst du überhaupt mal was kontern? Das ist es! Er ist es! Und er hat diesen einen! Yes! Komm Barron! Barron macht Tag! Tag! Mach Tag! Nein, ich will! Nein, ich will! Nein, nein, nein! Komm bitte Barron! Yes! Signature! Komm jetzt noch ein geladener Finisher! Nein! Komm jetzt noch ein geladener Finisher! Nein! Komm Barron! Digga, er macht keinen geladenen Finisher! Digga, er macht keinen geladenen Finisher! Mach ihn doch einfach! Ich will einen superplex oder was! Digga, mach doch einfach einen geladenen Finisher und dann ist gut! Komm jetzt geladener! Ey, komm Barron! Ey, komm Barron! Bitte! Mach ihn bitte! Einfach! Digga, Corbin! Mach jetzt! Mach! Das nennt du Finisher! Alter Digga, ist das so lächerlich! Bitte, Corbin! Ich weiss! Ich weiss! Ich weiss! Ich weiss! Ey, bitte Barron! Guck mal, wie viel ich für dich mache! Ich spiele sogar ungefähr! Yes! Oh, ich weiss! Ich weiss! Oh mein Gott! Ich bin einfach jetzt drin! Brain Buster! Brain Buster! Okay, die Deo kommt rein! Ich habe... Alter, Barron ist halt so ein Lappen! Will ich die Story irgendwie nicht, dass ich das gewinne oder so? Ich muss... Alter, er kontert so viel! Ist das so dumm? Ist das so dumm? Ist das so dumm? Ja, das war so ein Zecken! Ey, Barron! Mach was! Hey! Hey, this may very well be it! Two! Three! Barron, Digga! Du bist so schlecht! Barron ist einfach so scheiße, Alter! Egal, war ein geiles Match! Ein richtig geiles Match! Hier sind eure Winners, Finn Balor und Hideo Antone! Alter! Barron hätte einfach nur den geladenen Finisher machen müssen und dann hätten wir gewonnen. Aber er wollte ihn einfach nicht einsetzen. Okay. Ich weiß nicht, was heute passiert ist. Was passiert ist, ja? Oh ja! Wie war das? Ja, war ganz nett. Äh, war ganz nett. Komm! Du hast gerade einen zukünftigen WWE Champion gesehen. Der zukünftige Gesicht der Firma. Der Herr Apparente der WWE! Der Trostfrage der WWE! Merkt euch das. Denn ich bin der beste überhaupt. Und so, okay. Ja. Guck mal, wir müssen direkt selbstsicher sein. Wow. Schon einen guten Ausschnitt. Komm, einen Fight machen wir noch. Ein Fight geht immer.